Da war ich sehr traurig, weil ich meine, zunächst dachte man, ja, das Studio besteht, das kann doch weiterarbeiten. Also wir haben prima Filme gemacht, etliche wurden verboten, nun werden sie nicht mehr verboten werden. Die Freiheit winkt und ja, plötzlich hieß es ja, es gibt ja nun keinen Betreiber mehr, also wir machen das zu. Wir haben ja Bavaria und überhaupt etliche Filmemacher, also Filmproduktionsstätten, brauchen wir nicht mehr. Also das fand ich ziemlich rabiant. Das ist, das geht doch nicht, man kann doch nicht einfach sagen, so die Städte, die gehüten jetzt nicht mehr. Ja, wo wir, wo wir so viele Leute Arbeit gemacht haben, wo so viele Leute auch wirklich tolle Filme gedreht haben und so, ja. Ja, also es gab Filme, die waren dann im Giftschrank und die waren dann verboten, aber sie wurden doch gedreht, sie waren ja doch vorhanden, zumindest. Und leider mein erster Film mit Giftschrank und und, 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 war ja ein Wünscher, der fand sich nicht mehr an, der war, wie man so sagt, abgewaschen. Da war dann nichts mehr da, nur noch ein paar Fotos. Und der war auch noch nicht so ganz fertig, den hatten sie vorher schon gekappt. Ja, und dann mit der DEFA, das fand ich also schäbig. Dann wurde auch der Fundus, also später bin ich dann in den Fundus gegangen, weil da auch wieder irgendwelche Sachen, und die sagten dann, ach, Frau Werner, was denken Sie, was die unsere Sachen weggeschmissen haben, und Containern, alles weg, weil was wir hier gesammelt hatten, über Jahrrende, was wir für einen Fundus hatten, was wir für Kostüme ja hatten, alles weg, alles weg, unglaublich. Also die waren so, so einen Zappen haben die gehabt, weil sie sagen, so geht man weder mit den Sachen um, so geht man auch nicht mit Menschen um, die ja damit gearbeitet haben, ja. Wieso ist das alles nichts wert? Was ist das für eine Gesellschaft, wo das alles nichts wert ist? Und ich habe es ja bei uns auf dem Hof erlebt, im Maxim-Gorki-Theater, wir waren ja die Nachbarn vom Haus der deutscher-wettelischen Freundschaft, da waren Riesen-Container, wo die ganze Bibliothek reingeschmissen wurde. Da gab es Originalausgaben von Tschachow und alles rein. Wir Schauspieler haben dann immer noch so ein bisschen, habe ich noch so ein paar Bücher ein bisschen zerfleddert und so rausgesucht, die wir dann mit nach Hause nehmen konnten, aber wir konnten ja nicht eine ganze Bibliothek. Weg, weg. Das ist gar nicht so. Banausentum, was ist das plötzlich? Also es gab ja ganz, ganz viele, ganz viele Sachen. Vielen Dank. Vielen Dank.